Das Leben und das traurige Ende von Klaus Kinski Klaus Kinski wurde am 18. Oktober 1926 in Zopot, Freie Stadt Danzig, heute Zopot, Polen, geboren. Sein Vater, Bruno Nakschinski, war ein gescheiterter Opernsänger, der Apotheker wurde, seine Mutter Susanne war Krankenschwester und die Tochter eines örtlichen Pfarrers. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise konnte die Familie in Danzig ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten und zog 1931 nach Berlin, wo sie ebenfalls zu kämpfen hatte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Kinski im Alter von 17 Jahren irgendwann 1943 zur deutschen Wehrmacht eingezogen und diente bei der deutschen Luftwaffe als Elite-Fallschirmjäger. Er sah keine Aktion bis zum Winter 1944, als seine Einheit in die Niederlande verlegt wurde. Er wurde an seinem zweiten Kampftag von den Briten gefangen genommen. Dort spielte er seine ersten Rollen auf der Bühne und nahm an Varietés teil, die die Moral unter den Gefangenen aufrechterhalten sollten. Im Mai 1945 am Ende des Krieges in Europa, wollten die deutschen Kriegsgefangenen unbedingt in ihre Heimat zurückkehren. Kinski hatte gehört, dass kranke Gefangene zuerst zurückgebracht werden sollten, und versuchte sich zu qualifizieren, indem er nachts nackt draußen stand, Urin trank und Zigaretten aß. Er blieb jedoch gesund und wurde schließlich 1946 nach einem Jahr und vier Monaten in Gefangenschaft nach Deutschland zurückgebracht. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland begann Kinski als Schauspieler, zunächst bei einer kleinen Tourneefirma in Offenburg, wo er seinen neu angenommenen Namen Klaus Kinski verwendete. 1946 wurde er vom renommierten Schlossparktheater in Berlin engagiert. Im nächsten Jahr wurde er vom Manager wegen seines unberechenbaren Verhaltens gefeuert. Andere Unternehmen folgten, aber sein unkonventionelles und emotional volatiles Verhalten brachte ihn regelmäßig in Schwierigkeiten. 1955 lebte Kinski drei Monate lang in derselben Pension wie der 13-jährige Werner Herzog, der ihn später in mehreren Filmen inszenieren sollte. In der Dokumentation My Best Fiend von 1999 beschrieb Herzog, wie Kinski sich 48 Stunden lang im Gemeinschaftsbad einsperrte und alles im Raum in Stücke riss. Im März 1956 hatte er ein einziges Gastspiel am Wiener Burgtheater in Goethes Torquato Tasso. Obwohl er von seinen Kollegen, darunter Judith Holzmeister, respektiert und vom Publikum umjubelt wurde, bekam Kinski keinen festen Vertrag. Die Leitung des Burgtheaters wurde auf die früheren Schwierigkeiten des Schauspielers in Deutschland aufmerksam. Er versuchte erfolglos, das Unternehmen zu verklagen. Arbeitslos in Wien lebend, erfand Kinski sich als Monologe und Spoken Word-Künstler neu. Er präsentierte unter anderem Prosa und Verse von William Shakespeare und Oscar Wilde. Er etablierte sich als Schauspieler, der mit seinen Schoß durch Österreich, Deutschland und die Schweiz tourte. Kinskis erste Filmrolle war eine kleine Rolle in dem Film Morituri von 1948. Er trat in mehreren deutschen Edgar-Wallace-Filmen auf und hatte Teilrollen in den amerikanischen Kriegsfilmen Decision Before Dawn, 1951, und The Counterfeit Trader, 1962. Ende der 1960er Jahre zog er nach Italien und hatte Rollen in zahlreichen Spaghetti-Western, darunter For A Few Dollars More, 1965, A Bullet For The General, 1966, Twice A Judas, 1969, und A Genius, Two Partners in A Dupe, 1975. Kinskis Zusammenarbeit mit dem Regisseur Werner Herzog brachte ihm internationale Anerkennung. Gemeinsam drehten sie fünf Filme. Agiere! The Wrath of God, 1972, Wojcik, 1978, Nosferatu The Vampire, 1979, Fitzcarldo, 1982, und Cobra Werde, 1987. 1980. 1980 lehnte Kinski die Rolle des Hauptschurken-Major Arnold Tod in Jäger des verlorenen Schatzes ab und sagte dem Regisseur Steven Spielberg, dieses Drehbuch ist ein Genänder, langweiliger Haufen Scheiße und idiotisch beschissen. Kinski spielte 1984 kurz, einen israelischen Geheimdienstoffizier, in The Little Drama Girl, einem Spielfilm von George Roy Hill. Darin spielte auch Diane Keaton als Charlie. Er heiratete viermal in seinem Leben und hatte drei Kinder. Leider. Am 23. November 1991 starb Kinski.